Ich habe mir als erstes direkt das spektakulärste Fahrgeschäft ausgesucht. Hier der Fighter, 42 Meter hoch, 125 kmh schnell, 4G-Wirkung auf einen. Und da deine Kamera nicht mit kann, muss ich hier diesen sexy Helm aufsetzen, damit die GoPro auch alles sieht. Und nicht vergessen, meine Ohrring noch ausziehen, weil sonst verliere ich die. Baby, take it slow, so we can last now. Du, du eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo compensarlo, se acelere el pulso. Ich bin gespannt, ob mir schlecht wird. Los geht's. Oh Gott. And I better know what to do. Who's gonna be the first time to move? I wanna get closer to you. And I better know what to do. Alles voll entspannt. Oh, okay, ich darf mich so freuen. Und mein Handy, mein Handy, oh mein Gott. Ich hab so Angst um mein Handy. So, ich kann's empfehlen. Also schwimmelfrei sollte man schon sein, aber ist auszuhalten. Nur, dass du überkommst. Das ist ganz schön. So, ich bin hier auf dem Krumm-und-Schiefbaum. Mal gucken, was hier passiert. Man kann von außen nicht so ganz sehen, was hier passieren wird. Das wackelt auf jeden Fall. Und ich seh schon, hinter mir dreht sich was. Der Kameramann macht einen Breakdance. Okay. Ui, ja, okay. Das geht. Jetzt müssen wir doch nicht so nah den Absprung schaffen. So, Björn, Kameramann, let's go. So, hier ist ganz schwierig, sich vorbei zu kämpfen. Das ist ganz easy. Aber es wird hier ein bisschen schwieriger, weil der Boden sich bewegt. Und hier, ah, jetzt versteh ich den Sinn, dieses Krumm-und-Ski-Pause. Da muss man ein gutes Leichtgewicht haben, aber es soll sich hinkriegen. Ui, fertig, überstanden, geschafft. Also ich find's ganz cool. Einem wird nicht schlecht. Ist auf jeden Fall auch was für Kinder. Sollte man ausprobieren. Ein bisschen Angst hab ich schon. Es ist zwar deutlich kleiner hier. 25 Meter hoch nur. Aber eben waren es 4G. Jetzt 5,6. Mal gucken, wie das wird. Ich hab echt ein bisschen Angst. Hier sind auch die ganze Zeit Warnschilder. Also ich weiß nicht, ob ich das gut überstehen werde. Oh mein Gott, das drückt ja voll auf den Schädel. Ich verliere den Sender. Der Sender ist rausgefallen. Ich hab ihn gerade in der Hand. Wow, jetzt fahr ich auch noch raus. Hier, Sender hab ich in der Hand. So viel. So stark wirken die Kräfte hier auf einen. Mein Kopf. Das ist mein Schiff. Hätt ich schon Helmchen gehabt, hätte ich jetzt, glaub ich, echte Gehörner-Schütterung. Aua. Nie wieder.